Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8664 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In ungefähr sechs Wochen kann der Gips wieder vom Bein entfernt werden. In ungefähr sechs Wochen kann der Gips wieder vom Bein entfernt werden. Dieses Angebot zur Heizungssanierung muss ich sorgfältig prüfen. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Dieses Angebot zur Heizungssanierung muss ich sorgfältig prüfen. Ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Der Strand ist ein toller Ort zum Entspannen für unsere junge Familie. Der Strand ist ein toller Ort zum Entspannen für unsere junge Familie. Die Überraschungsparty für Oma ist ein großes Geheimnis. Die Überraschungsparty für Oma ist ein großes Geheimnis. Die Vielfalt menschlicher Intelligenz zeigt sich in unterschiedlichen Talenten und Begabungen. Wir ließen uns in einem kleinen Boot über den Fluss bringen. Beruf und Familie lassen sich gut miteinander vereinbaren. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.